hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge vom eurotruck simulator 2 ja wir stehen hier wieder beim volvo händler ich weiß nicht warum es hat irgendwie nach der aufnahme nicht gespeichert wo ich heute gestartet habe saß ich wieder im reno ja keine ahnung was da passiert ist deswegen habe ich ja den noch mal wieder gerade zusammengestellt und wir starten jetzt ladung hat man ja keine von daher kein so großes drama ja es gibt jetzt ein event wo wir einfach zweieinhalb tausend kilometer glaube ich fahren müssen gerade mal gucken so müssen dafür externe auf die world of trucks touren nehmen euro truck oder american truck und ja würde ich sagen starten wir mal durch mit dem american truck simulator werden wir es glaube ich nicht machen können weil das schon die 1.37 beta hat weiß nicht ob das damit geht aber wir fahren jetzt einfach halt hier nur gucken mal wie weit wir kommen auftragsangebot externe aufträge und wir sind hier in turku dann gucken wir mal da könnten wir hin der bohrer sieht gar nicht mal uninteressant aus und boot haben auch schon lange nicht mehr gehabt was haben wir denn noch für interessante ladung noch mal ein boot nach lettland bagger und traktor ok industriekabel trommel zu weit kann ich ja auch nicht fahren weil ich muss das ja heute alles fertig fahren nehmen wir vielleicht den traktor oder das boot nehmen wir den traktor das bei uns in der nähe auftrag ausführen so starten wir mal durch ja genau zeit zu gehen machen wir ja wie gesagt was da passiert ist weiß ich nicht normal speichert das spiel ja automatisch beim verlassen achten sie auf die geschwindigkeitsbegrenzung also wenn ich es beende speichert das ja automatisch das muss irgendwie letztes mal schief gelaufen sein die geschwindigkeitsbegrenzung wie gesagt ich saß plötzlich wieder im reno demnächst rechts abbiegen also die ganze zweite und dritte folge also vor die die mittwoch und die freitags folge was ich da aufgenommen habe das hat alles nicht gespeichert achten sie auf die geschwindigkeitsbegrenzung und ich weiß nicht darum ich hoffe mal das passiert nicht nochmal so wir haben eine stunde fahrt bis dahin okay achten sie auf die geschwindigkeitsbegrenzung oh ich bin ja deutlich schneller als 80 ups ja die jetzige aktion ist glaube ich für äh um gelder für das coronavirus oder für die links sammeln wenn ich es ich bin mir gar nicht ganz sicher hab's nur am rande mitgekriegt dass da überhaupt eine aktion läuft die wurde wohl ziemlich schnell aus dem boden gestampft ähm belohnungen dafür gibt es auch erst nach der 1.37 wenn ich das richtig mitgekriegt hab weil die jetzt kein äh design mehr für die 1.36 machen wollen oder irgendwie sowas ganz ganz grob hab ich da irgendwie nochmal was mitgekriegt und äh ja wenn sie es jetzt gerade anbietet fahren wir die aktion natürlich ich weiß nicht ob wir es schaffen die zweieinhalb tausend kilometer müssen wir mal gucken wir müssen da gleich links abbiegen aber nicht hier links halten und dann links abbiegen aber hier biege nach links ab jo machen wir ja die orte die wir jetzt letztes mal befahren haben haben wir jetzt natürlich auch wieder nicht aber ist jetzt halt so ich hoffe ich hab den volvo wieder so hingekriegt wie er wie wir ihn da zusammengestellt hatten aber ich meine das wäre das richtige design jetzt bin mir nicht hundertprozentig sicher mhm machen wir sobald es grün wird oh pennen müssen wir auch okay ist jetzt natürlich das schöne an den world of trucks touren ich kann einfach pennen und die tour ist trotzdem noch da achten sie auf die geschwindigkeitsbegrenzung äh ich überlege gerade da machen wir vielleicht gerade da auf der rechten seite rast und holen dann unsere tour das ist ja der vorteil dass das alles echte zeittouren sind achten sie auf die geschwindigkeitsbegrenzung links halten und dann links abbiegen ne wir machen mal kurz rechts abbiegen biege nach links ab nein machen mal einen kurzen schwenk nach rechts das wäre hier uns nicht so ein vorgehend links abbiegen und dann bleiben sie immer geradeaus ja machen wir gleich helga jetzt müssen wir gerade erst mal den hier machen so und weiter geht's ich könnte licht an machen das wäre eine option immer geradeaus ich finde das mega dass die ampeln hier auch mal eine nachtschaltung und so sachen haben das ist es sind so viele viele kleinigkeiten die das spiel einfach echt interessant machen und da steht unsere ladung da steht sie so war das nicht gedacht so ist besser ein bisschen überbreite nicht viel aber ein bisschen machen wir mal an und ja starten durch so wie lange geht unsere fahrt 11 stunden ok 11 stunden und 650 kilometer ok das weiß ich nicht immer das schaffen das event ich kann ja in der im ats glaube ich wenn ich richtig mitgekriegt habe nicht fahren weil wir da die 1.37 beta haben und dann links abbiegen wenn ich es richtig mitgekriegt habe wir werden sehen biege nach links ab ob das der fall ist weiß ich nicht wie gesagt ich werde es später dann sehen wenn es noch bis zum zwölften geht wenn es noch bis zum zwölften geht dann wäre das nächste woche sonntag noch weiß ich nicht weiß ich nicht ob wir das schaffen bis dahin die zweieinhalbtausend kilometer zu fahren ich vermute mal nicht außer ich schaffe dann über ostern was dass ich da privat noch ein bisschen fahre mal gucken gucken wir mal schauen wir einfach mal ja erstmal müssen wir auf jeden fall unseren trecker jetzt weg bringen und zusehen dass wir überhaupt mal kilometer auf den trug krieg kriegen wäre schon mal von vorteil bitte links halten bitte links halten ja machen wir ja ich hoffe ihr seid alle gesund fit und munter das ist ja jetzt gerade in Corona-Zeiten nicht so selbstverständlich aber ich hoffe einfach mal dass ihr da nicht allzu sehr von betroffen seid oder gar krank geworden seid ein paar Wochen werden wir das vermutlich noch durchhalten müssen ach so 70 tschuldigung paar Wochen mehr haben wir das wirklich noch durchhalten müssen ich weiß nicht wie lange so nicht systemrelevante Läden geschlossen bleiben müssen ob das jetzt auch noch ein paar Wochen geht oder ob die wieder anfangen zu öffnen aber ich fürchte die werden auch noch eine ganze weile geschlossen sein ich fürchte die werden wirklich auch noch eine weile geschlossen bleiben weil es gibt ja viele die auch sagen das ist jetzt gerade erst der Anfang also wir sind noch nicht mal mittendrin wir sind eigentlich eher noch Richtung Anfang das komische ist ja die ganzen maßnahmen wurden hier kürzlich beschlossen also das ist nochmal verschärft wurde dass auch Gastwirte und so alles zumachen müssen Gastronomiebetriebe also und das war keine zwei drei Tage alt die Verordnung dann fingen die ersten schon an wann es denn wieder gelockert werden kann das verstehe ich ehrlich gesagt nicht klar sind das gerade ziemliche Einschränkungen alles aber ich gehe davon aus das wird halt auch einfach mal ein paar Wochen gehen jetzt bis sich da mal was dran ändert da kann man nicht schon nach zwei Tagen wieder drüber spekulieren wann es denn wieder gelockert werden kann so schnell lässt sich das Virus halt auch nicht aus der Welt schaffen und auch halt keinen Heilmittel dagegen finden es dauert halt alles seine Zeit unsere Krankenhäuser haben jetzt wohl ganz ordentlich Intensivbetten aufgestockt und alles an OPs verschoben was nicht wirklich zwingend nötig ist aber das heißt ja nicht dass wir jetzt einfach wieder alles lockern und dann mal gucken wie viele sich infizieren sondern oberstes Ziel ist ja immer noch so wenig wie möglich so wenig wie möglich so wenig wie möglich um vor allen Dingen halt auch die Älteren zu schützen was ich ja erstaunlich finde wie unglaublich schnell es Industrie und Schulen und so geschafft haben auf Homeoffice beziehungsweise Homeschooling umzustellen schon ganz enorm mein Bruder arbeitet auch an der Musikschule ähm die machen auch Homeschooling sozusagen und äh ja fand ich interessant dass es plötzlich doch alles geht wenn es gehen muss auch von der Industrie her ne viele die plötzlich Homeoffice machen sollen, dürfen, müssen plötzlich geht das alles ich meine ich hab's auch bei uns in der Firma gesehen wir haben auch innerhalb von ein bis zwei Wochen äh quasi mal die Möglichkeit für 60 Leute geschaffen äh im Homeoffice arbeiten zu können und äh ja das ist schon schon eine ganz schöne Leistung hatten anfangs natürlich auch noch so unsere Schwierigkeiten gerade was so ähm Einstellungen in der Firewall uns betraf äh anfangs hat die für die Anzahl an Leuten die wir bisher immer hatten ähm das waren äh von so Schwesterfirmen die teilweise mal äh wenig auf äh bei uns machen konnten ähm und die waren äh ja da ging das alles ganz gut aber wenn es dann plötzlich halt mal 60 Leute waren äh dann ist die Geschwindigkeit rapide eingebrochen und äh da haben wir noch ein bisschen Feintuning machen müssen inzwischen geht es sehr gut kann man ordentlich arbeiten auch von der Geschwindigkeit her und ähm ja kann man also so nicht meckern wäre doch soweit ganz gut und ganz gerne angenommen und selbst also da wir halt über Remote Desktop Geschichte arbeiten ähm ist das äh selbst bei Leuten die eine schlechte Internetleitung haben was hier in Deutschland auch leider recht häufig vorkommt ähm ja funktioniert das bei denen recht gut weil da die Datenmenge einfach sehr gering ist die übertragen wird und ja ganz angehen bei den Leuten die selber keine PCs daheim hatten gab es auch welche haben wir so beides gegen Laptops zur Verfügung gestellt da hatten wir zum Glück haben wir da den ganzen Schwungen immer vorrätig sind zwar nicht die neuesten weil die werden nur für für Erfassungsaufgaben gerade so bei Inventuren so mal immer genutzt oder halt so an äh Azubis wenn sie Prüfungen haben und all so Dinge also nicht das wirklich Leistung liefert aber für das was sie da können müssen sind sie völlig ausreichend und da hatten wir jetzt dann halt auch einfach entsprechende Anzahl zur Verfügung die wir da einsetzen konnten bitte rechts halten war dann sozusagen Glück im Unglück Webcams ja war es gerade nicht so einfach weil da sind die Preise gerade jetzt explodiert da haben wir halt wirklich nur dort auch welche beschafft wo auch zwingend welche benötigt wurden weil die Videokonferenzen mit Kunden oder Lieferanten halt machen mussten rechts halten und dann rechts abbiegen biege nach rechts ab mach mal so wie lange haben wir denn noch Fahrzeit sieben Stunden ja dann würde ich sagen da die Zeit auch oben ist sage ich mal vielen vielen Dank fürs Zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen dann seid euch das nächste Mal wieder mit dabei in diesem Sinne tschüss bis zum nächsten Mal